Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Heidi Klums, 49, Kinder scheinen von Tom Kaulitz, 33, Sprechweise gar nicht begeistert zu sein. Seit 2019 sind das Model und der Musiker nun schon glücklich miteinander verheiratet. Sie brachte vier Sprösslinge aus früheren Beziehungen mit in die Ehe. Eigentlich sind der gebürtige Leipziger und Heides Nachwuchs auch ein Herz und eine Seele. Doch nun offenbart er, dass die Kids eine Sache stört, Toms Stiefkindern passt nicht, wie er redet. In dem gemeinsamen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill, 33, Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, plauderte der 33-Jährige aus dem Nähkästchen. Dabei verriet er auch glatt, dass Heides Nachwuchs ihm immer wieder vorwerfen würde, dass er seine eigene Muttersprache nicht gut. Ihr Video und Share mit Ihr Freund und Familie. Vielen Dank für die Video. Vielen Dank.